so guten morgen meine lieben heute ist samstag 25 oder irgend so was weiß ich nicht genau bin immer verloren heute fahren wir von klush rumänien wieder zurück nach spelle na wie sagt aktuell über prag budapest und so weiter also hier ist voll das wollte ich mal kurz zeigen hier ist voll geladen mach mal zu dann haben wir dabei mal gucken wir mal heute dazu dritte schlafen oder doch noch mal einmal zu hotel hat frau die zugemacht habe extra aufgelassen aber was willst du machen guck hier mal voll da unten noch mal auf die eco flotrinne solarpanel falls es not wird aber aktuell ist das super chargernetz eigentlich top also kann nichts passieren 1620 kilometer sieben ladestopfen wir fahren mit 95 prozent los ich behalte euch auf dem laufen und dann guck mal was passiert guck mal hier meine frau ist dabei die bha utzer hat schon das telefon in der hand die ist auch dabei die nehmen wir mit die haben wir eingesammelt die bleibt jetzt die ganze zeit mit uns nach deutschland nach spanien überall hin wo wir fahren wie ein guter freund von mir sagt stay tuned und bis bald moin sind meine lieben so der erste ladestopp ist jetzt da wo bei der hinfahrt unser letzter ladestopp war nach circa vier stunden fahrt 260 kilometer lasst mich lügen vielleicht waren nur 240 aber so ungefähr jetzt müssen wir eine halbe stunde laden dann geht es weiter richtung budapest und ich glaube da ist die nächste ladestation aber wir sagen euch bescheid so lange gehen wir hier in auch schon ein bisschen was essen pipi machen essen kaffee trinken da ist die der dies macht jetzt geschlafen die man nicht gut drauf später seht ihr die da ist nicht gut drauf die ist immer gut drauf bis später 90 stopp nummer 2 210 kilometer sind wir gefahren sind immer noch in ungarn 210 kilometer wir sind mit 91 prozent gestartet sind mit 11 prozent hier angekommen oder 12 da sind 80 kilo 80 prozent für 210 kilometer gefahren mit 125 tempomat und die letzten 30 kilometer mit 140 das dachzeit verbraucht dann schon einiges mehr als normal aber guck mal was wir hier getroffen haben wir so mal hier wäre der wieder egal aus oder wer war geil gemacht ist er doch seine farbe tiefer gelegt geile farbe felgen drauf auch schön in circa 30 minuten geht es weiter zu stopp 3 und ja mal gucken wie das so weiterläuft phantom bremsungen heute nur zwei kleine das geht es jetzt eigentlich das hat sich ein bisschen gebessert aber man weiß noch nicht woran es liegt schauen wir mal und dann sage ich mache es nicht länger als nötig bis später top nummer drei ist das und wir sind gefahren 140 kilometer knapp mit 50 prozent ein bisschen wenig aber was wir machen gefahren sind wir 125 wiederum zum schluss 140 und jetzt laden wir circa 40 45 minuten und fahren dann weiter bis nach brünn in der tschechischen republik keine phantom bremsungen auf den 140 kilometern sie versteckt sich aber jetzt haben wir sie gesehen und wir gehen kaffee trinken kaffee trinken und dann gucken wir mal wie es weitergeht und wir halten euch auf dem laufenden uhrzeit wir sind losgefahren um deutsche uhrzeit um sieben jetzt ist 323 ladestopps später so moin kinder wir mussten noch mal einen ladestopp zwischen schieben weil wir haben den eben abgebrochen nach zehn minuten weil wir zu langsam geladen haben dann sind wir jetzt nach pratislava gefahren hier also ladestopp nummer vier quasi hier laden wir jetzt eine stunde und dann geht es weiter bis fast ende tschechien hoffentlich ja ladestopp vier wie gesagt eine stunde laden 100 kilometer einmal gemacht seit dem letzten und ja weiter geht's tempomat hat super funktioniert diesmal und wir schauen so meine lieben jetzt probieren wir auch mindestens einmal was verrücktes und zwar fahren wir jetzt zum nächsten supercharger der relativ weit weg ist also relativ weit für unser modell mit dem dachzelt das heißt 220 kilometer er zeigt hatte null kilometer angezeigt jetzt zeigt er drei kilometer an wir fahren das mit 120 durch und was meine frau davon hält da sagt sie euch so moin leute stopp nummer fünf ungefähr 100 kilometer vor prag gefahren sind wir 235 kilometer von 95 Prozent akku auf 5 mit ungefähr 120 zum schluss wo man wird wussten es hält 140 die letzten 60 kilometer oder 50 kilometer jetzt laden wir den bums hier wieder voll und nachher geht weiter frau geht das schon in den laden rein hier sind wir nur einer kleinen tankstelle dann machen wir wieder ungefähr 200 kilometer und das kann ich aber noch nicht ganz genau sagen vielleicht es sieht aus nach der ladezeit nach so 130 bis 150 kilometer dann melde ich mich wieder wer bleibt im auto meine frau wartet auf mich so weiter geht's sehen uns später bei stopp nummer sechs ein kleines update aus dem auto ladestopp gerade zu ende der scheibenmischer also die scheibenmischer automatik hat verrückt gespielt man kann die automatik oder den scheibenmischer nicht ausstellen wenn der autopilot an ist also dieser standard autopilot der so ein tesla dabei ist den anderen haben wir zurückgegeben das heißt das ist super dämlich das heißt wir mussten jetzt noch mal ganz kurz an der normalen tankstelle halten um die scheibe sauber zu machen weil bei diesen tesla ladestation haben die vergessen irgendwas hinzustellen um die scheiben sauber zu machen jetzt sind die scheiben sauber plus minus also der joachim hatte ja selber sauber gemacht das heißt die sind so schnell wie schnell wie sauber und jetzt noch mal weiter und jetzt funktioniert die scheibenwischer automatik auch wieder gut das heißt das fahrer weiter geht's so nabend kinder stopp nummer sechs in der nähe von lidomerice in tschechien wir laden jetzt denke ich mal 30 40 minuten ungefähr und dann geht es weiter nach deutschland ganz so weit ist es nicht mehr denke mal so geschätzte stunde stunde 30 bis deutschland stunde ungefähr so was und dann geht es auch wieder weiter keine großen vorkommnisse bis auf das mit den regen scheibenmischer aber das haben wir euch ja gesagt mit der automatik sonst eigentlich alles gut die stimmung ist bombe bombenstimmung ja oder auch nicht weil du verlierst ja doch ungefähr um die fünf stunden dann wären wir zu hause gegen 23 uhr mit irgendein normalen verbrenner selbstsünder wie auch immer man das nennt mit der kiste wird vier früh wenn wir durchfahren können das heißt also dass ein bisschen doof aber wir sind super entspannt das ist das positive und weiter wollen wir erstmal nichts erzählen und bis später wollen meine lieben stopp nummer 7 es ist 23 44 flug haben leipzig das ist unser letzter stopp für heute wir gehen gleich schlafen da machen wir noch so ein ding was man im test supergut machen kann habe ich gerade jetzt rausgefunden und da spielen wir aus wer heute da drin schlägt und welche zwei ins hotel gehen das gucken wir gleich stopp nummer sieben so weit ist alles ganz gut gelaufen jetzt laden wir noch voll weil das hotel kein supercharger hat oder keine ladestation hat deswegen müssen wir hier ein bisschen voll knallen und wir spielen das ganze aus beim beim karaoke spielen wir das aus dann machen wir das so und dann schlägt raus I want it that way I find your fire Beside you Yes I know It's too late But I want it that way So moin meine Lieben So, wir sind jetzt, ja, also ich bin ausgeschlafen Mal gucken wann die Mädels da aus dem Hotel kommen Weil ich habe ja die Karaoke Challenge verloren Also habe ich hier geschlafen Da haben die Mädels geschlafen Leipziger Flughafen, so 3 Kilometer, 5 Kilometer weg ungefähr 49% haben am Akku Zwei Ladestops bis nach Hause, 440 Kilometer Einmal 15 Minuten, einmal 10 Minuten sagt er Und dann fahren wir nach Hause Da kommen die Mädels gerade, also spreche ich einfach ein bisschen Die Rückfahrt war deutlich besser als die Hinfahrt Vom Autopiloten her gesehen Ladestops waren ein bisschen nerviger Aber wir sind ja auch deutlich weiter gefahren Als auf dem Hinweg von München, will ich mal sagen Und jetzt ja bis Spelle Also ein paar hundert Kilometer mehr Aber Sonntag hat Spaß gemacht Wir haben Karaoke Funktion entdeckt Die haben wir gestern gemacht, da habe ich verloren Deswegen habe ich ja hier in dem Zelt geschlafen die Nacht Wir fragen mal die Mädels Wie es im Hotel war How was the hotel for you? Good Good Not the best, but good Not the best? No So, the tent is better More comfortable Siehste Siehste, im Zelt war komfortabler Aber das Problem ist Zu dritt wollten wir nicht Deswegen habe ich drinnen geschlafen Die Mädels im Hotel Stay tuned it von unterwegs Die letzten zwei Stops sind geplant Mal gucken ob es mehr wären oder weniger Und dann sagt man Bis später Eine Sache hatte ich eben noch vergessen zu sagen Natürlich ist das auch eine geile Idee Wenn man zu dritt unterwegs ist im Dachzelt Und man hat es drauf Und dann spart man einfach 110 Euro fürs Hotel 110 Euro fürs Hotel Weil du brauchst nur ein Zimmer statt zwei Die Mädels haben sich ja wie gesagt das Zimmer geteilt Papa hier im Dachzelt Und schon 110 Tacken gespart Frühstück kann man natürlich zu dritt umsonst gegessen Hat keiner gemerkt Ibis Hotel Schickt mir einfach die Rechnung Wenn er hier durch Zufall aufs Video schaut Dann bezahle ich auch das Frühstück Bis später So, jetzt obwohl ich eigentlich kein Video mehr machen wollte Muss ich doch noch eine Sache sagen zum Tesla Wie gesagt ist ja das Y Relativ super neu das Modell Mit den neuesten Software-Updates und sowas Aber die Schildererkennung Das ist eine absolute Katastrophe Wir fahren hier gerade gemütliche 110 Mit diesen Standard-Tempomaten Der dabei ist da Und dann erkennt er mitten auf der Autobahn einfach ein Schild 80 Und bremst dann runter auf 80 Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache Und das macht er aber die ganze Fahrt über Darüber habe ich mich noch gar nicht aufgeregt Aber wenn du so eine Art Autopilot hast Den wir ja kurz hatten für 2-3 Tage Für 3800 Euro Das war ja schon eine Katastrophe Abgesehen davon stehen hier 5 russische Flieger geparkt In Leipzig Halle Weiß ich auch nicht wie das heutzutage geht Aber das ist politisch Da wollen wir heute mal nicht drüber reden Und ja Und dann bremst er einfach ab Ob das der 3008er ist Für 3800 Euro extra oder der Standard Ich weiß nicht wie der immer noch 80 haben kann Hier auf der freien Autobahn Ich probiere das mal zu zeigen Ja Seht ihr da Das ist äh Das ist quasi unfassbar Meine Frau macht übrigens eine perfekte Kameraführung eigentlich gerade Ja Aber so viel dazu zu diesen komischen Schilder Erkennung Also ich weiß nicht Wie die in Amerika angeblich voll alleine fahren sollen Wenn das in Deutschland auf der Autobahn noch nicht mehr klappt Aber naja Anderes Thema Bis später Wenn wir Tankstopp Nummer Ladestopp Nummer 8 Ladestopp Nummer 8 machen HtB hat auch dabei Guck mal die da hinten ist Voll in ihren Filmen Die hat Karaoke übrigens gewonnen Naja Zweiter Platz meine Frau und ich Dritter Platz Dachzeitplatz Wir sind hier so eine Stunde nach Aufbruch Stopp Nummer 8 müsste sein Wir machen ganz ganz kurzen Weil das ist nur ein 125 kW Lader Und wir wollen weiter zum 250er Dafür brauchen wir ungefähr 5 Minuten laden Dann gehts weiter Und dann machen wir Stopp Nummer 9 Und da bleibt mal länger Und dann hoffentlich ist es der letzte Meine Frau ist leicht genervt You like the car? I hate this car Why you hate this car? So die ist fertig Weil ja Du bist halt einfach Auf so einer langen Strecke Mit dem neuesten Mit dem neuesten Tesla Modell Y Neueste Software Bist du halt verfickte Scheiße 6 Stunden länger unterwegs Als du sein müsstest Auf 1700 Kilometer Und wer das cool findet Der hat es auch nicht Der hat es auch nicht kapiert Also am Anfang war es noch schön Habt ihr ja alle gesehen Die das hier verfolgen Mit immer mal hier ein Stopp, da ein Stopp Aber insgesamt Sind wir gestern früh um 7 Uhr losgefahren Jetzt ist 10 Uhr 40 Am nächsten Tag Und wir sind immer noch unterwegs Weil gestern Abend weiterfahren Bis 5 Uhr früh zu Hause Das ist auch nicht unbedingt das was man haben muss Um sicher zu fahren Bleibt dran bis zum nächsten Stopp Wir fahren weiter Dann reicht hier an Energie Bis zum nächsten Und da laden wir nochmal richtig voll So Kinder Stopp Nummer 9 Wir sind gerade nur eine halbe Stunde gefahren Wie eben schon gesagt Die Stimmung ist leicht gekippt Um zu sagen Für normal kurze, normal lange Strecken Ist so ein Kfz okay Dachzeit super, super sowieso Dageben gibt es nichts zu sagen Aber gegen so 1.700, 2.000 Kilometer Strecken Ist es schon ein Kampf Weil du zu viel Zeit verlierst Bist du wieder beruhigt? Nein Nein Sie ist immer noch scheiße drauf Aber willst du machen? Jetzt laden wir das Ding glaube ich komplett voll Wir sind irgendwo geschätzt bei Braunschweig Und dann probieren wir mal Bis Spälle nach Hause zu kommen Dass wir nicht noch Ladestopp 10 machen müssen Neun Ladestopps, 1.700 Kilometer Insgesamt mal gucken, ob wir noch einen Zehnten brauchen Ciao So, letzte Etappe machen wir jetzt Wir haben 246 Kilometer 90 Prozent im Akku Angeblich mit 8 Prozent kommen wir an Und dann wären wir 14 Uhr zu Hause Und sind 7 Uhr früh gestern losgefahren Das war Stopp Nummer 9 Stopp Nummer 10 brauchen wir nicht Wenn wir normal fahren Wir gucken mal, was der Abend noch so bringt Der Tag Du bist ganz heiß, ne? Ich will nach Hause Wir wollen alle nur nach Hause Alles klar meine Süßen Bis dann Ciao Ciao Moin Leute Angekommen hier im wunderbaren Paradies In Spelle Bei der Ademarks Deutschland GmbH Leuchteweg 13 Heute ist Sonntag 14 Uhr Wie war der 2-Tages-Trip? Kein Kommentar Ich bin nicht glücklich Kein Kommentar Nicht glücklich Und die Bea Die Bea Auch nicht so glücklich Aber wir sind alle happy Ich gebe euch noch ein paar Fakten Also wir haben es geschafft Das steht schon mal fest So weit mit dem Auto eigentlich zufrieden Reichweite Ist halt scheiße Das mit den Laden habe ich immer noch nicht verstanden Worum der 250 kW laden kann Und das aber nur 1-2 Minuten macht Oder 3 Und dann sackt das Ding innerhalb von 8-10 Minuten Auf 100 kW ab Das ist eine Mogelpackung seinesgleichen Da muss die Technik schlauer werden Ich gehe mal auf Trip Also wir haben 3.884 km gemacht Seitdem wir hier an diesem Punkt losgefahren sind Vor ca. 10 Tagen 873 kWh verbraucht Mit einem Durchschnittsverbrauch von 22 Wattstunden 225 Wattstunden pro Kilometer 225 Wattstunden pro Kilometer 873 kWh insgesamt Auf 3.884 km Ich kenne mich da nicht so aus Es klingt aber nach viel Es ist auch viel Ob das so öko ist Bin ich mir nicht ganz so sicher Da sollen aber andere entscheiden Wir fahren nachher erstmal wieder ein bisschen weiter Mit den anderen Kfz Was wir hier noch zufällig stehen haben Und dann haben wir damit noch ein bisschen Spaß Weil ein bisschen Autofahren kann ich noch Den hier zum Beispiel Damit fahren wir heute Abendessen Heute ist Sonntag Da nehmen wir den nicht so mit Achtung jetzt wird es ab 18 Jetzt wird es ab 18 Und das ist ein Raumschiff hier Das ist immer abgedeckt Aber ich glaube mit dem fahren wir ein bisschen Mit dem da hinten nicht Aber mit dem AX heute Müssen wir ein bisschen fahren Hier machen wir schon eine auf Balkonkraftwerke Zeige ich euch die anderen noch schnell Und dann machen wir das Schloss Weil wir haben ja hier eigentlich die Reise dokumentiert Ja Und da haben wir noch welche Guck mal Piszter macht ihr schon Der räumt ihr Autos aus Das ist ein ganz lieber So Kinder Ademark Deutschland verabschiedet sich von diesem Trip Von diesen Berichten Über die Hinfahrt habt ihr schon gesehen Über die Rückfahrt seht ihr sobald das Video draußen ist Ich bedanke mich Wenn ihr Fragen habt sagt einfach Bescheid Wenn ihr mehr Trips sehen wollt sagt einfach Bescheid Egal mit welchem Auto was wir hier so stehen haben Und Ab dem nächsten Video kommt wieder Content über Stromaggregate Energiespeicher Solarpanels Dachzelte Und alles was wir sonst noch haben und haben werden Ich sage Dankeschön Und Ciao